Hallo, mein Name ist Judith Leibig von jetzt-auswandern.com. Ich war 2019 auf dem IMK und wollte mir einfach mal anhören, wie das so funktioniert, wenn man sich so ein Online-Business aufbauen möchte. Ich habe den Profis ordentlich zugehört, die Präsentation, habe mir Ideen, Impulse geholt und bin aber dann ins 1 zu 1 Gespräch mit denen gegangen und habe mir nochmal persönlich für meine Online-Idee sozusagen die richtigen Impulse geholt. Also ich war, als ich heimkam, hochmotiviert, das auch wirklich umzusetzen. Das habe ich dann auch gemacht. Ja, und was kann ich noch sagen? Du bildest dir ein tolles Netzwerk, dann triffst dort Menschen, die genau die gleichen Ziele wie du verfolgen. Man kann sich dadurch gegenseitig supporten, helfen und austauschen. Und das ist wirklich was, das ist unbezahlbar. Was man aber erst realisiert, wenn man es wirklich braucht. Also dieses Netzwerk, das ist, ja, ich kann sagen, da bilden sich Freundschaften draus. Ja, das kann ich wirklich sagen. Und ja, 2021 konnte ich natürlich nicht persönlich anwesend sein, denn ich bin zwischenzeitlich nach Zypern ausgewandert. Aber dann gab es ja dieser Livestream über das Internet und so konnte ich live auch den Präsentationen zuhören und das hat mich sehr gut gefallen, weil man einfach wieder aktuell ist. Man ist wieder auf dem neuesten Stand, man ist up-to-date und selbst da konnte man sich connecten untereinander. Und es ist wirklich, es gibt so viel Mehrwert für dein Online-Business. Ja, also gerade in der Zeit, wo man sich sehr über ein Online-Business Gedanken machen sollte, und ich glaube, das macht sich mittlerweile jeder, kann ich den EMK wirklich nur empfehlen. Also es kann wie bei mir auch das ganze Leben komplett verändern. Ja. Ja.